Wir kennen das doch alle, wir wollen nur ein bisschen Overwatch 2 spielen und wir merken, dass Unranked eigentlich nicht so viel Spaß macht wie Competitive. Und je nachdem, wie wichtig euer Competitive ist, hier sind paar Tipps und Tricks für Anfänger, wie ihr euer Mindset verbessert oder eure Art und Weise zu spielen, ohne direkt euer Gameplay zu verbessern. Und ja, ab ins Video. Und damit moin Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird euer Ex-Master euch, Bronze-Noobs, Spaß. Ich bin schon seit 30 Saisons, kein Master mehr. Ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr euer Gameplay verbessert, ohne direkt euer Gameplay zu verbessern. Hört sich zwar erst komisch an, aber glaubt mir, diese Tipps und Tricks verbessern euer Mindset ein bisschen. Nur damit ihr mal wisst, was Overwatch wirklich ist. Ich meine, wir kennen das doch alle, wir haben im Gegnerteam einen Tank, nennen wir ihn einfach Jamal. Und Jamal ist ja nicht besonders gut in Overwatch und dived immer mit dem Tank ins Gegnerteam rein und stirbt wie ein elendiger Hu. Und dazu habt ihr noch eine Damage-Mäurer, die ja nur Damage macht und eure ganze Runde damit versaut, weil sie euch nicht einmal geheilt hat in 30 Minuten. Oh, danke du Schlamm. Und da denkt man sich natürlich am Ende, es liegt an den Teammates, es kann doch gar nicht an mir liegen. Ja, und da habt ihr gar nicht mal so Unrecht, denn nämlich in 60% der Fällen enden eure Games so, wie eure Teammates auch spielen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr 60% eurer Games verliert, sondern dass ihr ungefähr 50% von diesen 60% gewinnt und die anderen 50% verliert. Egal was ist, egal wie gut ihr spielt. Ihr könnt nichts daran ändern, dass euer Team halt manchmal einfach nicht so gut zusammenspielt oder ihr Trashmates habt. Für die restlichen 40% könnt nur ihr was. Das heißt, wenn ihr mal eine gute Runde habt und das Gegnerteam rasiert, dann seid ihr der entscheidende Grund, warum ihr gewonnen habt. Aber ihr könnt natürlich auch mal rasieren und trotzdem der Grund sein, warum euer Team nicht gewinnt. Ihr seid Genji und macht vielleicht das ganze Gegnerteam durchgängig platt, aber die Gegner haben eine Farrah, die euer ganzes Team dann im Gegensatz noch mehr platt macht. Dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob es Sinn macht, selber mal auf einen Hitscan zu gehen und nicht den 15-jährigen Timmy anzuvertrauen auf, ja, Damage zu spielen. Wäre eher scheiße. Aber ihr müsst besser sein als die Gegnerische Farrah, deswegen nehmt mal einen anderen Charakter. Oder ihr spielt Junkrat und habt vielleicht 30 Millionen Damage, vielleicht auch 30 Millionen Kids, aber, Digga, ihr schießt die ganze Zeit auf die Gegnerische Zaya, die durchgängig full charged ist und wir können nichts mehr machen. Nichts mehr, nichts mehr. Euer Tank wird einfach komplett gekontert und dann ist es am Ende die Tankdiff. Ja, liegt daran, liegt nicht daran, dass die Zaya durchgängig full charged ist, du dummer Pooh. Bitte, nein, hört wirklich auf, Zayas zu chargen, die ist momentan viel zu OP. Und der nächste Tipp, ganz leicht, spielt in kleinen Gruppen. Das hört sich jetzt erst komisch an, in großen Gruppen macht es nicht so viel Sinn, seitdem ihr seid wirklich eine eingespielte 5er oder 4er Truppe. Aber ich würde euch empfehlen, besonders in Low Elo erstmal mit 2er, 3er Gruppen zu spielen. Weil da kommt ihr eher auf diese sogenannten 40%, die ihr selber entscheiden könnt, dass nicht die Wahrscheinlichkeit war, eure Trashmates so fucking trash sind, dass ihr ungefähr 60% eurer Spiele verliert, egal was ist. Ich meine wirklich, ihr habt doch bestimmt irgendeinen Teammate, der komplett kacke ist. Und dann dazu sucht euch eine gute Kombi. Es macht nicht unbedingt Sinn, wenn ihr beide auf Damage seid oder beide auf Heiler seid. Es macht manchmal wirklich mehr Sinn, immer von einer Rolle einen Charakter zu haben, damit ihr euch immer mit euch selber absprechen könnt. Aber sollte es mal so kommen, dass ihr euch nicht mit euren Teammates absprechen könnt. Aber wenn ihr nicht wisst, wie die Mutter eures Mitspielers aussieht, dann würde ich mir vielleicht mal überlegen, mit denen dann einfach über Pings zu reden. Oder auch zu sagen, wann ihr eure Ultimate habt oder mal sagen, group up, es bringt was. Glaubt mir, es ist immer mal wichtig, so kleine Kommunikationen zu machen. Es hilft auch eurem Team unnormal. Und natürlich macht es auch mal Sinn, euren Teammates zu sagen, ey, könntest du den Charakter wechseln? Das würde vielleicht etwas bringen. Sagt es nett, damit die Leute auch nicht unbedingt komplett pisst direkt sind. Dann den nächsten Tipp, den ich habe. Und ja, den hören viele Menschen ungern. Aber hört auch einfach mal auf, kurz Rank zu spielen. Spielt mal ein bisschen Quickplay. Ihr habt jetzt vielleicht mal fünf Runden Hardcore auf die Fresse bekommen. Vielleicht macht es mal Sinn, kurz Pause zu machen. Oder vielleicht auch komplett aufzuhören. Weil glaubt mir, so viele Games hintereinander zu verlieren, das kann nur ein schlechter Tag für euch alle sein. Oder einfach... Ja, genau einfach das. Das bildlich. Kommen wir nun zum letzten Tipp, aber auch den wichtigsten. Spielt einfach das Spiel. Ich würde jetzt eigentlich sehr viel dazu sagen wollen. Aber ich sage einfach, spielt das Spiel. Ihr lernt immer besser, wenn ihr was praktisch macht, als wenn ihr was nur theoretisch macht. Deswegen spielt das Spiel. Habt auch Spaß mit dem Spiel. Also macht euch nicht einen zu großen Kopf oder einen schlechten Rank. Es ist nicht wirklich so wichtig. Lernt das Spiel erstmal kennen. Ihr werdet euch mit der Zeit immer verbessern. Ihr werdet mehr über das Spiel erfahren. Natürlich macht es Sinn, dann nochmal ein Tipps und Tricks Video zu sehen. Aber im Endeffekt, ja, achtet drauf, dass ihr wirklich, wirklich das Spiel erstmal lernt. Lernt welche Charakter, welche Kontern, wann man was spielt und was man bei manchen Helden vermeiden sollte. Alle diese Sachen werdet ihr herausfinden. Natürlich auch durch Tipps und Tricks. Aber wie gesagt, Praxis ist besser. Deswegen Jungs, ich wünsche euch wirklich noch einen sehr, sehr schönen Tag. Haut rein. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ciao mit Au.